Hey und willkommen zu Episode 9 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Play. Dann wollen wir mal weitermachen, wo wir aufgehört haben. Direkt hier in der Höhle, letztens mit der Blume hier connected. Dann lasst uns mal nach einer Quest als erstes schauen. Gerne auch endlich mal eine Hauptquest. Kinglaw Forest. Achso Special Delivery. Den Rang haben wir noch nicht. Gatoragon. Okay, da sammeln wir erstmal den Reward ein. Da müssen wir kurz auf die Karte spickeln. Dann zu dem Home Tree gehen. Das war ja hier der da. Und dann eine kleine Schnellreise sollte das erledigen. Ich hoffe, das lädt schneller. Sonst muss ich das skippen, wenn mir der Dialog ausgeht. Ist eigentlich auf einer schnellen SSD. Weiß gar nicht, was das Spiel alles laden will. Bestimmt die hervorragende Story. Oh, bist du? Oh, die ist relativ hübsch. Oh, die ist relativ hübsch. Ah, es ist du. Ich habe Netu all about your Heroics. Dankeschön. Ach. Ich nehme Spare-Part. Haben wir was Schönes bekommen. Ja, würde ich schon sagen. Ein Sleeve und ein Armguard. Das wäre das Perfekte, um rauszufinden, was die dann machen. Uh, 40 hilft. Das equippen wir und haben wir ein Mod. 8% RDA Damage. Na gut. Hier haben wir nur denselben alten Mod. Hier auch. Waffen haben wir vielleicht auch. Nö, nur Basic Mods. Die Schrotflinte habe ich bis jetzt noch nicht ausgerüstet gehabt. Was für Cosmetics habe ich denn? Hä, wieso, wenn ich auf Visuals gehe? Also das sind Visual Mods. Und ich kann hier ein Accessory machen, aber ich habe gar keins. Uh, Waffen-Skin. Ich habe eine Pouch. Ah, okay. Da sehe ich mal die Pouch. Wie kann ich denn die Schrotflinte denn überhaupt auswählen? Ah, ich kann sie equippen. Okay, das kann ich nicht machen. Ich würde die Schrotflinte mal kurz gegen das Assault Rifle tauschen. Einfach, dann können wir sie ausprobieren. Hier ist auch. Ah, der Stash ist global. Das ist ja schön. Das ist echt nicht schlecht. So, das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. cooking ingredients auch mal und von mir aus den Mod auch. So, da ist eine Crafting Station. Also das ist richtig gut, dass die hier gerade global sind. Das freut mich. Äh, vielleicht. Hier halt, das kriege ich geschenkt. Forest, Seavid, Bars. Weapon-Crafting-Material. Ne, gut. Dankeschön. Nicht so aggressiv, mein Junge. Äh. Mit dir habe ich doch gerade geredet. Wieso steht da immer noch Receive dran? Hast du noch was für mich? Ja, danke schön. Äh, gleichfalls, gleichfalls. So, und du unfreundlicher Koch? Äh, für alles, was so kostenlos für mich ist. Kosten die mich gerade was? Ich kann doch hier einfach auch Receive drücken. Wo steht der Preis? Hier steht nirgends ein Preis. Okay, das bezahle ich anscheinend mit klarem Favor. Jetzt habe ich alles ausgegeben. Anscheinend gibt es aber auch noch exquisit als letzte Rarity. Oder zumindest die höchste, die wir bisher kennen. Vielleicht gibt es noch sowas wie komplett einzigartig, aber wird davon mal nicht ausgehen. Das ist auch einfach nur... Ah. Ein Getterer. Das hoffe ich auch. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Okay, dafür. Ich brauche Clan Favor. Ich weiß nicht, ob ich mit nichts anderes kann helfen kann. Und die machen wir auf jeden Fall auch. Die ist getrackt und die befindet sich... Die befindet sich da. Da kommen wir ja direkt in die Nähe. Ich muss meinen Wegpunkt nur nach dem Laden noch umsetzen. Sonst bin ich sehr verwirrt, wo ich hin will. So, Wegpunkt ist drauf. Und er wollte immer noch nicht mit mir reden hier. Was ist denn das? Oh, ich kann contributen. New Clan Contribution. Viva Flourish Clan Contribution. The Clans work together to ensure everyone has what they need. Maybe I can contribute too. I can learn more from the Clans by getting involved in the community. Okay, die wollen irgendwie... Stormski Bamboo Shots. Hab ich gerade nicht. Oder ist das egal, was die hier wollen von mir? Nee, die brauchen schon dieses Bamboo Shots. Habt ihr irgendwo hier auch so einen Lagerzugriff für mich? Ja, anscheinend nicht. Zumindest das war es nicht. Crafting Station. Aber jetzt kann ich mit dem Typen da reden. Das ist ja schön. Ne gut, her mit der Quest. Ja, ich rede doch schon mit dir. Okay, danke schön. Komm schon. Ich hab doch in meinem Stash dieses Bamboo-Teil. Könnt ihr hier oben wenigstens einen globalen Stashchen machen? Naja, das ist wieder jammern auf hohem Niveau. Ich jammer doch so gerne. So, hin zum Missionsziel. Irgendwann werden wir den ihren Bamboo abliefern. Oh, da unten sind Leute. Vielleicht haben die auch was für mich. Oh, das ist schmerzhaft. Ich bin schon so close, wie ich mich traue. Ah, er leuchtet nicht. Oh, das sieht nicht gut aus da hinten. Wir essen mal ganz schnell was. Weapons, äh, sehen in Ordnung aus, würde ich sagen. Wir haben nicht so viel Shotgun-Shields. Da hinten war wieder die Hölle los mit großen Biestern. Also, die Schrotflinte gefällt mir auch schon. Mach ich zumindest an den Viper-Wolfs. Oh, die ist aber schnell, der. Nein, 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 nicht die Waffe. Weile. Danke. Warum schon? Da ist doch dein Schwachpunkt. Ja. Oh, nicht leiden. Naja, es war zumindest merciful. Ich hoffe, das machst du jetzt nur einmalig. Und das Bedanken ist einfach Subtext in der Zukunft. So, da müssen wir hin. Habe ich schon wieder vermasselt, wie man da hinkommt? Nee. Und Munition craften. Da steht doch dran, ich habe 20. Ach, vielleicht habe ich eine nur im Magazin. Ah, Schrotflinten sind kompliziert zu verstehen. Uh, da sind auch Leute. Mal die Schrotflinte wegpacken. Äh, ich. Danke schön. Freundliche blaue Menschen. Eigentlich sind die meisten davon freundlich, es seien die Küche. Ja. 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 Das klingt gut. Muss ich wieder nach Klus gehen? Äh, das ist bestimmt vermengt hier. Ne, wie kann ich das nicht linken? Vielleicht die toten Menschen da. Äh, die Ikranmarks verbinde ich dann mit was. Vielleicht hier diesen Baumstamm. Ja, ich habe mir schon sowas gedacht. Kann ich hier Investigation canceln? Ja. Gut, dann investigieren wir mal das hier. Aircraft Pits und die toten Menschen. Komm schon. Mist. Aircraft Crash und der Baum. Die haben bestimmt hier den Baum abgemäht beim Landen. Ja, klingt richtig. Ich bin ja wie Sherlock Holmes hier. Mhm. Ich muss kurz was hacken. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ach du je. Wo bin ich denn? Da, 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 da. Hm, spaßiges Minispiel. Ja gut. Wir wissen mal ein bisschen mehr was hier passiert ist. So, ich schätze mal ich muss den Rest jetzt auch noch verlinken. Ja. Was ist mit den Leuten? Kann ich das jetzt verlinken? Hm. Wie geht? Hätte mich auch ein bisschen gestört, weil die habe ich ja schon vorher versucht zu verlinken. Die Frage ist, was ist denn noch hier zum Scannen? Oder sind das zwei Menschen, die ich... Ne, die kann ich auch nicht linken. Wie lange ist denn das Quest-Areal hier? Wie weit muss ich laufen, um was zu verlinken? Find a clue that links with this one. Ja, ja. Aber was? Ihr zeigt mir ja nur einen an. E-Cron ist davon gestartet. Okay. Okay. Oh, hier ist ein Speer. Den habe ich übersehen. Oh, hier. Muss ich es mit den Leuten da verbinden? Komm mit den Leuten. Der ist ja davon abgehoben. Das heißt... Wir müssen die Luft absuchen. Ich habe es gewusst. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst spiel. Zeig es mir auf dem Scanner. Ah. Eine Waffe. Warum nicht? Ah, eine Bazooka und damit wurde der Ikran... Äh... Angefeuert, abgefeuert. Hunter calls Ikran. RDA sees it, tries to kill it. Ikran, Hunter, both take off. In hurry. If anything could have brought on the sky people's machine, it would be an Ikran. Think we've covered everything. Sehr schön. Bin ich nicht gut. Sehr schön. Bin ich nicht gut. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Wo willst du hin? Redet sich's hier besser? Oh. I wish Neon could have seen this. To see when a hunter takes real action over grandstanding. They were serious about stopping the construction, it seems. Even went after that aircraft. The sky people will not abandon this site so easily. I need to warn the others. Tell Neon, there will be more of them. The rest of the aircraft should be close by. I picked up a cent. You have dealt with the sky people before, right? Then I do not need to wish you good luck. But good luck. Thank you. Okay. Das war zumindest eine sympathische Dialoglinie. So, da ist mein Cent. Ah, wollen wir mal dem Airship danach, dem Healy, wie auch immer. Währenddessen können wir hier schön craften. Das passt alles. Shotgun passt auch alles. Ich schaue mal, was uns erwartet. Die können ja nicht weit geflogen sein in dem Teil. Vielleicht schon. Ich bin kein Metall-Flug-Ding-Experte. Ja, schau wieder. Ihr geht mir doch auf den Birsing. Rotflinte regelt. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Ich muss Mercyful sein. Wieso bist du jetzt wieder ruiniert? Was habe ich denn getan? Wieso ist das denn nochmal? Ist egal. Wir werden ankommen. Wir waren ja bis jetzt ganz ruhig. Hat uns bestimmt niemand gehört mit der Schrottfinte. Mal hier Sticks nachbesorgen. Sonst werden die irgendwann tatsächlich mal ausgehen, wenn ich da zu nachlässig werde. Und da sind sie ja. Und die haben kein Shotgun-Geräusch gehört. Das ist schön, dass alles silenced ist. So, die sind draufgegangen. Schauen wir mal, was der hier kann gegen... … Sehr schöne Waffe. Bis auf, das ich nachladen muss. Kommen schon. die schrotflinte ist klasse wo ist denn der andere hin muss umgefallen sein jetzt kriege ich shotgun shells wunderbar ist also abhängig von der waffe die ich ausgerüstet habe mal ganz sicher gehen dass hier nichts gefährliches mehr ist so leuchtet die kiste denn gut ich wollte doch nur hacken entschieden lassen einmal war hier auch nicht viel zeit doch anscheinend was kriege ich eine superior light shell shotgun mit 110 impact irgendwas ich bin begeistert die rüsten auf jeden fall gleich mal aus wenigstens kriege ich hier ab und zu shotgun also müsste ich doch nicht das richtige ausgewählt ist so jetzt aber wir haben schöne waffen glaube ich die macht so viel mehr schaden fast doppelt so viel das ist schön war hier hinten eigentlich noch was ich glaube nicht das haben wir alles abgefrühstückt frühstücke sehr wichtig was haben wir denn noch wir haben hier oben irgendwas ach ich gehe mal lieber über die quests ich erinnere mich dass der das relativ dringend wollte also schadet es vielleicht nicht das ihnen zu geben aber die sagen ja alle dass alles dringend alles top priorität wir leben jetzt nach unseren regeln und nach unserem zeit empfinden wer hat mich auf jeden fall nicht von menschen hetzen lassen und ihr könnt ruhig mal hier wieder viel zeug nachkaufen hallo you seem more settled making the best of things i want to help somehow mercer and harding need to pay for what they've done with the resistance on our side we have a real chance and can make up for the past so was it so was it been almost 16 years the humans like to say better late than never but it's still too late for a heartley i didn't stand up to them then no one expected you to we were just children that didn't stop your sister she was braver the resistance is the way to honor that even if it means working with the humans here maybe not all humans are the same das ist eine gute einsicht sehr gut hast du was von mir gewollt ich habe nur 13 von diesen spare parts so ein mist weil ich so viel immer hat das assault rifle nur sechs damage oder hat das sechs damage mehr als mein aktuelles mensch ich verballer auch hier meine ganzen spare parts für diese granaten ich bereue nix mach halt bessere witze priya mention you might have a use for the rda duty roster i found human writings their computers you can understand these things yes sure you're looking for computer parts information names and locations like what you already found i have heard whispers surviving rda soldiers ones from the battle of the hallelujah mountains ones who destroyed my clan are stationed again on pandora different places now different posts find them for me and i will do the rest i can supply you in turn whatever you need was machst du da oben jetzt ich wollte doch nur mit dir handeln so lex lightning longbow der heavy heavy bow machen wir mal hier diesen lightning heavy bow ja damit schön damit können wir auch irgendwann mal richtig craften du auch und jetzt können wir hier auch was sehen also wir haben ein duty roster merciless grip die sind gar nicht so schlecht aber ich warte eher hier auch die mods also müsste man noch eins eins wie gott und gab so crafting station da ist eine was können wir denn craften nicht so viel any branch any beast und dann any branch da braucht man vielleicht auch ein superia ding wir haben doch irgendwo unten sind unsere ganzen sachen da gehen wir doch mal kurz hin ein glück ist dann unten auch eine crafting station hier ist schon so viel zu finden den optimalen weg nicht so any branch haben wir einen guten branch irgendwo also dieses storms gibt bamboo schotz die brauchen wir für die nehme ich mit für diese contribution dann brauchen wir ein was aber das ist auch nur fein glaube je besser der branche umso besser ist dann auch das was wir daraus machen ich habe leider nichts besseres als fein wir neidlich branch der macht zumindest mehr schaden den nehme ich mal mit glaubt das war es auch jetzt schon hier ist eine crafting station da ist sie ja und wir können einen machen und zwar doch den ich glaube der schaden wird wirklich von den zutaten dann die ist schon superior was man da rein tun das ist ja eigentlich ein ganz gutes crafting rezept so hier tun wir das rein dann mach mal 36 der märz stammelt im vergleich zu gleich so was ist ja noch die frage die 36 der mensch ich weiß nicht ob das eine verbesserung zum aktuellen bogen war auch so leicht da macht man 16 der match 36 der mensch ach so hätte ich schon längst umstellen können ist egal wir haben wenn es longbow jetzt mods können wir gerade nicht so wirklich viel machen sehr schön sagen meinem crafting system komme ich jetzt klar und auch was die ganzen lootsachen bringen also doch nicht so so schlecht dann würde ich sagen gehen wir doch einmal noch hier zu diesem camp ein fast travel die wollten ja diesen bamboo ding den ich gerade ins inventar äh inventar getan habe wusste nicht äh keine ahnung warum ich inventar gerade komisch aussprechen wollte dafür war wirklich kein grund da so wo kann ich contributen glaubt meine sprache versagt wie was flourish clan contribution braucht ihr noch was von mir kann euch so ein makeshift longbow geben bringt aber nicht so ein bisschen fleisch vielleicht bin ich dann auch nicht so überlaufen mit blut auch okay ein weiber wolf zahn bringt ja gar nichts toll wenigstens werde ich bis hin was los so neue quest neues glück was haben wir denn delivery special delivery ich erinnere mich der ansang hunter die quest muss man natürlich auch noch einsammeln einfach kurz schnell reisen und dann macht man mal die nächste haupt quest wird mehr als zwei gerade da oben müssen wir anscheinend hin sicher dass in die comments ist hier überhaupt der comments room ja you are okay what did you find you saw yeah i see more than you think i see you Ich bin so ein bisschen schlafen. Es war nur ein Schlafen. Auf meiner Route. Aber dann... Der Geräusch... Der Schlafen... Der Geräusch... Und ich musste einen näher sehen. Ich habe einen Schlafen gefunden. Und ich musste escauen. Das war du? Du hast ihre Flugzeuge verloren. Ich hatte keine Wahl. Ich bin mir gefühlt. Ein Fussender. Eine Handvoll Nichts. Ah, ein Superior String Mod und ein bisschen mehr Clan Favour. Dafür reiße ich mir den Arsch hier auf. So, was habt ihr denn für einen String Mod für mich? 15% mehr, Wild Life Damage. Nee, ich behalte mein Feuer Damage. So, Hauptquest, ich habe es versprochen. Oh, die ist ja auch in der Nähe. In die Kingdom Nests, at the top of the home tree. Hätte nicht runter gehen müssen. Habt ihr eine Wegbeschreibung? Ja, das sieht doch schon ganz in Ordnung aus. Ja, der Baum ist groß. Ein Fahrstuhl wäre auch nicht das verkehrteste. Oder so eine ganz, ganz enge Wendeltreppe, auf der immer viel Höhe gut macht. String und String sind von einem Körper. Äh, ist das drinnen für mich? String und String und String und String und String. Die Reinfurreste war da, als ich. Die Skye-People haben sie aus. Ich bin sicher. Ist das Nest all das bleibt? Ja. Und mit so vielen Kingn hier, unsere Homes-Tree wegkens. Ah, siehst du? Wie die Queen für sie sich für sie? Sie schützt sie. Sie ist born, was zu tun, wie sie zu tun. Wie sie zu tun. Sie wissen, wo sie zu tun. Aha. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Aber sie sind nicht schützt. Wenn sie ein Schützt. Die String ist schützt. Und sie schützt wie eine. Wir müssen finden unsere String. Sie auch. Wo ist sie? Ihr Vater fragt ihn. Er ist nicht zurück. Wir müssen uns das. Warte. Du musst nicht. Wir können ihn finden zusammen. Die Leute brauchen ihre Seite. Hier. Ich werde mit dem. Lass mich mit ihr gehen. Du hast mir vorhin geholfen. Ich werde dir jetzt helfen. Bleib, wo du brauchst. Woher ich bin. Mensch ist die nachdenklich. Okay. Aber wir müssen irgendwen finden. Danke schön. Ich schaue mich nur kurz um. Und dann esse ich mal eine Kleinigkeit. Sonst beschwert sich unten wieder meine Leiste. Dann schauen wir mal nach Quests. Missing Hunter. Jetzt ist sie getrackt. Talk to the Highloom Camp. Okay. Was will der denn noch von mir? Oder die? Was sind denn das für Teile? Satare Beats. Habe ich noch keine. Resistance Fighter Egron Riding Gear. Kann ich mir nicht leisten. Ich versuche es. Okay. Wir müssen da hin. Wegpunkt ist gesetzt. Dann würde ich mal sagen. Runter vom Baum. Ich habe hier den Skill. Womit ich Fallschaden um die Hälfte reduziere. Wunderbar. Gar kein Fallschaden. Dann kann man ja viel schneller unterwegs sein, wenn man nicht mehr aufpassen müssten, dass wir irgendwo runterfallen. Ich muss mich nur daran erinnern, Steuerung rechtzeitig zu drücken. Glaub mal. Das bekomme ich hin. Einmal Waffen überprüfen. Und mal schauen, dass ich nicht so viel Spare Parts für Baller. Nämlich in unserem Camp doch schon ganz schöne Sachen, die ich auch gerne hätte. Oh, das sind wieder diese Honeycombs, die ich einsammeln kann, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ist aber eine coole Pflanze, muss ich sagen. Ah, da ist sie nochmal. Und du willst auch was von mir. Ja. 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 Das ist eine sehr gute Frage. Ihr habt was für mich. Ihr damit. Danke schön. Ich glaube ich habe zwar einen besseren, aber ich beschwere mich nicht. So, auf zum Missionsziel. Diesmal lasse ich mich nicht so leicht ablenken. Zumindest für die nächsten 100 Meter. Für danach keine Garantie. Ja, mit den Sticks. Das war keine Ablenkung, das war notwendiges Munitionsressourcen sammeln. Also getarnt sind hier keine von den Teilen so wirklich. Oh, da ist wieder so ein Drache, so ein Ikran. Sehr schön, nehme ich. Danke schön. Ebenso kriege ich ja... Uh, Sheskart habe ich... Ich dachte, ich hätte einen neuen bekommen. Ja, her damit. 35 Hilf. Sehr schön. Hab das Gefühl, die brauche ich. So, jetzt sind wir aber gleich da. Und ich habe mich kaum ablenken lassen. Oh, da ist noch mal so eine... Irgendwas für eine Operation. Die alles pollutet. Nee, ich brenne dann leicht. Hallo, mein Freund. Would you care to join me for a meal and a story? I promise flavors that delight both the palate and the mind. Das ist nicht schlecht. Sounds great. What are you cooking? Oh, no, young one. You are in charge of the meal. For my part, I will provide the cooking lessons and the story. After all, it is the way of the Saren 2 to learn the way of the other clans. I'd be happy to, then. Where are the ingredients? Ah, but the gathering is part of the journey, you see. You must collect some shellfruits as the main ingredient. Then crimson mushrooms for flavor. We need pristine ones, too. Do not settle for inferior quality. Take your time when harvesting and be wary of damaging them. Shellfruits and crimson mushrooms. Sounds simple enough. Simple recipes are often the trickiest ones to master, young Saren 2. And this one is the simplest of all. Unfortunately, the Sky People's corrupting touch has befouled everything. Including these fruits and mushrooms. Still, there are some exceptional specimens to be found. If you look hard enough, follow my instructions and I promise you a story that will make it worth your while. Das klingt doch gut. Gut, ich glaube, das ist aber eher eine Nebenmission. Und unsere richtige Mission ist da oben. Ah, dieses Feuer. Ich glaube, ich muss den Perk mit Feuer resisten, es ist doch nie. Ich kann mich einfach nicht von Lagerfeuern fernhalten. Reden gerade beide mit mir. Bist du fertig? Du kannst aufhören zu fressen, während du mit mir redest. Naja, würde ich ja auch nicht machen. Hallo. Ich weiß, warum du hier bist. Nur um zu helfen. Oder um zu checken auf mich. Etua sent you. Sie wollen sich nicht sagen, dass ich nicht sagen, wie sie ihn defies hat. Etua ist nur über mich über ihn. Just wie ein Sargentu. Eva, der Diplomat. Ich hoffe so. One day. Vielleicht wir brauchen deine Diplomatie. Wir sind nicht fighters. Und ich worry, dass wir das Zeit nicht so weit sind. Was ist passiert? Die Sky-People creep ever closer. So wir pushen zurück. Es ist nur die drei von uns. Wir müssen uns aus der Zeit von Gatnat. Usually, es ist gut. Exhilarating, even. Wir gehen nach Hause. Wir celebrate. Aber das Zeit, wir zwei niemals haben. Er braucht mich. Ich muss gehen. Ich kann mit dir kommen. Ich kann mit dir kommen. Wir sind zu weit weg. Es ist zu weit, ohne einen Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind er und Zome eher näher, als du denkst. Vielleicht. Er hat ein Ort, an den Stonpillern, nach der Helle von hier. Es ist ein Kaffee, an dem Boden des Cliffs. Das klingt doch viel Versprechen. Das ist doch mal eine nette Person gewesen. Mach ich hier noch irgendwas? Zumindest einen schönen Aussichtspunkt. Na gut, dann würde ich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie immer, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020